Hey und herzlich Willkommen zu einem neuen deutschen Video auf meinem Kanal. Wie immer beginne ich das Video mit einer kleinen Entschuldigung, dass ich lange, lange, lange Zeit kein deutsches Video gesagt habe. Aber wie ihr wisst, ist ja der Großteil meiner Zuschauerschaft nicht deutschsprachig. Deswegen bietet es sich an, englische Videos zu machen, weil die alle verstehen, nämlich auch ihr Deutsch, weil ihr smart seid. Aber von Zeit zu Zeit mache ich doch auch immer mal wieder ein reines deutsches Video. Im heutigen Video soll es ein bisschen um Videospiele gehen. Und zwar erzähle ich euch ein bisschen was, also Ramble. Ich habe ein bisschen über meine Videospielgeschichte, die überhaupt nicht besonders ist, aber trotzdem. Und dann tapp ich noch auf ein paar Boxen rum und mache ein paar Controller Sounds. Und ja, so ist das Ganze geplant. Meine Haare sehen blöd aus. Okay. Ich fange nebenbei ein bisschen mit dem Controller Sounds auf dem Nintendo DS an. Einem an der Konsole. Ist das wohl eine Konsole? Ein Handy, der wahrscheinlich eher so, der jetzt auch schon ziemlich alt ist. Aber auf der ich sehr viel Zeit verbracht habe. Allerdings habe ich angefangen zu spielen, wie wahrscheinlich die meisten oder je nachdem wie alt ihr seid. Oder viele von euch. Nämlich auf dem Game Boy Color. Aber natürlich habe ich da viel, viel, viel Pokémon gespielt. Und ich habe erst die Tage ein Foto gefunden, auf dem ich zu meinem, weiß Gott wie viel, Geburtstag die rote Edition bekomme. Und habe ein Foto gefunden, auf dem ich eben dieses Geschenk öffne, wo die Terror Edition drin ist. Und das fand ich irgendwie cool, dass ich da von diesem Moment ein Foto habe. Das war ganz witzig. Und ja, wie gesagt, die Pokémon habe ich damals gespielt. Auch ganz viele andere komische Spiele. Ich hatte, glaube ich, ein Benjamin Blümchen Spiel. Ich hatte, ähm, ich glaube auch ein Bibi Blümchen Spiel. Ähm, ich hatte Kongas Pocket Tale. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendjemand irgendwas sagt. Aber daran erinnere ich mich irgendwie besonders, warum auch immer. Ich weiß nicht mehr, worum es geht oder irgendwas. Aber der Name fiel mir gerade an und ich glaube, der ist relativ ASMR tauglich. Kongas Pocket Tale, Kongas Pocket Tale, Kongas Pocket Tale. Ähm, was hatte ich denn noch? In einem Asterix und Obelix Spiel hatte ich Harry Potter. Die ganz alten erste und zweite Film-Spiel, wie auch immer. Ähm, ja, und dann, ähm, habe ich, glaube ich, einige der, äh, der Handhelds übersprungen. Also den, äh, Advance, Advance SB oder wie auch immer. Die alle dazwischen hießen, die habe ich alle nicht gehabt. Also nicht, die sind zum Aufgeladen. Ich glaube, das war der SB. Dann diesen, äh, länglichen Advance hatte ich auch nicht. Aber dann habe ich irgendwann das Ding hier gekriegt. Und wie gesagt, das ist jetzt auch bestimmt schon. Wie alt ist so ein Ding? Ah, ich bin jetzt 23, also vielleicht sogar schon 10 Jahre. Ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich da auch einige Zeit mit verbracht. Ich glaube, am Anfang, ähm, habe ich viel, äh, Animal Crossing gespielt. Und irgendwie habe ich gestern gelesen, dass es wohl jetzt, ähm, was für Fanys geben soll. Ähm, was mit Animal Crossing zu tun hat. Vielleicht, äh, ziehe ich mir das mal rein, wenn's rauskommt. Ähm, was habe ich denn noch gespielt? Ähm, ich hab letztes Jahr, oder dieses Jahr, habe ich mal eine Freundin. Ähm, egal, ich hab's auch dabei. Ähm, aber ihr werdet's wahrscheinlich nicht sehen. Das ist Mario Kart, äh, geschenkt. Damit man das mal zu zweit ein bisschen totteln kann. Also seht das, äh, seht auch der ist. Und deswegen hab ich gedacht, das könnte man mal machen. Aber, da hat es uns aufgefallen, dass man, wenn man, wenn nur einer von beiden das Spiel hat, und dass man nur so ganz wenig Strecken ausprobieren kann. Und das ist eigentlich ziemlich blöd. Aber jetzt nochmal das Spiel gekauft, wär auch blöd. Weil das immer noch relativ teuer ist, dafür dass es schon echt uralt ist. Ähm, ich hab, hatte noch immer viel Freude an Doktor Kawashimas Gehirnjogging. Keine Ahnung, ob das irgendjemand kennt. Aber, äh, es war so ein, ja, ein Gedächtnis-Trainer-Spiel. Mit, äh, so ganz wenig klein wenig spielen. Und das hat echt Spaß gemacht. Ähm, dann hatte ich noch Professor Layton. Ähm, das ist ein ziemlich gutes Spiel. Ich kenn vielleicht, wenn ihr euch ein bisschen mit dem Videospiel hinauskennt, dann kennt ihr das vielleicht dann auch was zum Nachdenken. So ein bisschen so Rätselhaft. Aber das war für mich cool. Ähm, dann hab ich mir irgendwann natürlich auch ein Pokémon gegauft. Ähm, was hab ich denn noch? Oh, ich hab auch noch die, äh, die Spiele von meiner Freundin da. Aber da hab ich die meisten natürlich nicht gespielt. Für so lange kennen wir das noch nicht. Ähm, auf jeden Fall, ja, fänd ich's ein bisschen schade, dass man die neuen Spiele ja alle nicht mehr auf diesem Gerät spielen kann. Weil es ja jetzt den 3DS und 3DSi und was auch immer es gibt. Ich kenn mich da gar nicht mehr so auswendig zu sein. Aber ja, alles was neu rauskommt, ähm, kann man ja nur noch auf diesen 3DS-Dinger spielen. Glaub ich. Ähm, und, äh, ja, das ist auf jeden Fall der neuste Handheld, äh, den ich habe. Ich hätte theoretisch natürlich gerne einen Nintendo Switch. Aber, da ich jetzt nicht der Riesen-Gamer bin, sind 300 Euro plus mindestens 50 Euro pro Spiel. Äh, nichts, was ich mal eben so stemmen möchte. Ich könnte es mir leisten, aber das würde ich eigentlich nicht mal, wie gesagt. Das würde sich eher nicht, nicht wirklich lohnen. Ähm, wenn's mir allerdings, äh, vor mir vom Laster fallen würde, würde ich mich nicht beschweren. Oder wenn einer von euch aus Versehen eine zu viel gekauft hat. Äh, immer her damit. Ähm, auf jeden Fall finde ich den Switch eigentlich ganz cool. Ein Freund von mir hat einen. Und, ja, diesen, ähm, Handheld und Konsolen-Aspekt finde ich eigentlich ziemlich cool. Es gibt ein paar coole Spiele. Ähm, jetzt kommt die Tage, ähm, Odyssey, also Super Mario Odyssey raus. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, ist das schon passen müssen eigentlich. Ähm, und, ja, es gibt einfach viele coole Spiele. Ähm, und das Konzept gefällt mir. Aber, ist doch immer noch ein bisschen, bisschen teuer. Ähm, ich glaube, damit verabschieden wir uns kurz. Oder, für immer. Für immer. Für immer. Von den, von den Handhelds. Und kommen dann, äh, zu Konsolen, meiner Konsolengeschichte, die auch, die noch weniger spannend ist, als das, was ich gerade erzählt habe. Ähm, äh, ich hab tatsächlich, also ich hatte keine Playstation 1, aber die 2, die 3 und die 4, die hatte ich alle, auch wenn ich mit allem wirklich nicht super duper viel gespielt habe. Auf der Playstation 2, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert. Und, ähm, da gab's, äh, dieses iDoi Play 3, ist das glaube ich, ähm, wo man mit so einer 0,3 Megapixel-Kammer, ähm, ähm, zu spielen spielen konnte. Wo man dann so machen musste. Und dann hat sich irgendwas auf dem, äh, der Bildschirm bewegt. Man konnte Bowling spielen, da musste man dann irgendwie so machen. Und, ja, dann, äh, flog die Bowlingkugel. Also man sprach so ein bisschen halt wie heute, also Kinect. So war's natürlich in sehr, sehr unausgereift und sehr, sehr alt und sehr, sehr schlecht, aber ist ja locker auch schon zwölf Jahre her. Wahrscheinlich 15, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, auf der PS2 hab ich auch noch, ähm, ein paar Tony Hawk Spiele gespielt, also Skateboard-Spieldinger. Ähm, und sonst weiß ich gar nicht SingStar. Doch, SingStar hab ich da relativ viel drauf gespielt. Und da war ich immer der König drin. Durch den Monsoon von Tokio Hotel. Hundert Prozent. Keine Ahnung auf jeden Fall. Ähm, hat das ziemlich Spaß gemacht. Eigentlich hätte ich es ausgehen heute nochmal. Aber, ähm, war das überhaupt die PS2 oder was? Ne, das war die PS2, oder? Ja, auf jeden Fall. Gibt's natürlich auch für die anderen, äh, wahrscheinlich auch für die anderen, äh, Generationen. Aber da hab ich's meistens gespielt. Ähm, und ja, da hab ich mir irgendeine PS3 gekauft. Ich weiß gar nicht, wann hab ich die denn gekriegt und woher und wieso und weshalb. Ähm, da hab ich schon nicht wirklich viel drauf gespielt. Ich hab auf jeden Fall, ähm, Batman Arkham Asylum und Uncharted 3 besessen. Uncharted fand ich cool, hab ich gespielt. Aber irgendwann kam ich nicht weiter. Und ich bin jemand, der irgendwo nicht weiter, wenn er irgendwo nicht weiterkommt, dann hab ich auch, äh, ziemlich schnell keine Lust mehr. Und, ja, dann probier ich's noch zweimal. Und dann geb ich auf und dann spiel ich erstmal ein paar Wochen nicht. Und dann mach ich wieder an und dann fällt mir ab, wo ich ja da war. Ich, da komm ich ja eh nicht weiter. Dann hab ich keine Lust mehr und dann spiel ich in einem halben Jahr nicht. Und, äh, Arkham Asylum hab ich gar nicht richtig angefangen, glaub ich. Also hab ich angefangen, aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin da nicht so geduldig. Und generell hat nicht jemand, der da stundenlang Zeit reinsteckt. Ähm, was ich auch hatte, sind, äh, Basketballspiele, also NBA-Spiele. Das ist so das, was ich wahrscheinlich am meisten auf Konsolen gespielt hab. Auch mit Freunden und so. Aber ansonsten hab ich auch auf der PS3 in die Vier gespielt. Auch GTA 4 hatte ich dann auch. Das hab ich auch ganz ordentlich gespielt. Aber jetzt auch nicht gesuchtet oder irgendwas. Ähm, und dann hab ich irgendwann eine, ähm, PS4 gekauft. Und vor allem, um, äh, die Next-Gen zu haben. Wegen der NBA-Spiele, die einfach eine viel bessere Grafik hatten auf dem, auf der Next-Gen, auf der PS4 eben. Und, ähm, ja, wie hab ich denn gekauft? Ich hab tatsächlich meine PS3 verkauft, damit die PS4 nicht so teuer ist. Dann hab ich die PS4 gebraucht gekauft. Und da, da, da hätte mich beinah jemand, äh, übers Ohr gehauen. Weil ich hab die bei Ebay-Kleiners reingekauft. Und dann sollte ich irgendwann an eine polnische Konto nochmal überweisen. Und dann wurde ich ein bisschen skeptisch. Und dann hab ich das mal gegoogelt. Und das war wohl so ne Masche. Achso, toi toi toi. Glück gehabt. Und, dann hab ich mir die PS4 anders gebraucht gekauft. Bin dann da extra hingefahren, um das, äh, um die PS4 nicht abzuholen. Und, ja, die hab ich jetzt. Und die benutze ich eigentlich seit zwei Jahren mehr oder weniger als Blu-Ray-Player. Und, ähm, als, als Gerät, um Netflix oder YouTube im Internet zu schauen. Wobei, dafür hab ich auch einen Chromecast. Was ich eigentlich besser finde. Und, äh, ja, ein bisschen NBA spiel ich da drauf, hab ich da drauf gespielt. Das kann man auch immer wieder, äh, switchen. Genau, weil das sind mehr oder weniger die einzigen Spiele, die ich besitze für die PS4. Ah, das ist einmal hier NBA 2G16. Den, also auch nicht mehr das aktuelle, es gibt schon zwei neuere. Ah, und dann haben wir hier das G, G, D, A, 5, was ich auch angefangen hab zu spielen. Und auch ein bisschen gespielt hab, aber auch jetzt nicht komplett von Wort besenden. Und alle Side-Quests und was weiß ich. Deswegen, ja. Wie ihr merkt, meine, ich bin da nicht so ein, äh, leidenschaftlicher Gamer wie viele andere. Ich wär's gerne. Aber irgendwie kann ich mich dann nicht so ganz so motivieren. Ich guck auch ganz gerne ganz viele, ähm, Videos im Internet, die, ähm, Gaming-related sind. Also Bezüge zu Videospielen haben. So, Dr. Freud, weil sie das kennt. Oder, äh, andere Sachen. Ich guck auch Twitch-Streams und sowas. Aber wirklich, selbst spielen tue ich nicht so viel. Außer eben, da kommen wir jetzt zu, äh, zu meinem PC. Auf dem ich seit geraumer Zeit, nämlich ziemlich genau, keine Ahnung, ähm, seit, ähm, ich weiß echt nicht mehr seit einem Jahr. Oder länger, ähm, sehr viel Horse-Stone-Spiele. Ich weiß nicht, wer's kennt. Ich hab auch schon mal ein Video hochgeladen, aber, ähm, ja, das heißt ja nix. Hat hier keiner geguckt? Ähm, ein digitales Kartenspiel von Blizzard. Ähm, eben aus der World of Warcraft Welt. Übrigens, wenn ihr da nochmal Let's Play sehen wolltet, ich hab mal was gemacht. Das hat aber, wie gesagt, keiner geguckt. Aber, falls euch das nochmal interessiert, dann, äh, dann sagt Bescheid. Ähm, ja, das spiel ich gerne. Ähm, das ist ja so ein Free-to-Play, Pay-to-Win-Spiel. Also, man kann, ohne Geld auszugeben, gut sein. Man muss halt nur sehr viel grinden, halt alles sehr viel spielen. Und, ähm, seine täglichen Quests machen und wirklich viel spielen. Und man darf jetzt nicht mal ein paar Wochen nicht spielen. Weil dadurch, äh, kriegt man dann nicht genug In-Game-Währung. Und dann hat man eben Nachteil. Ähm, man kann doch Geld ausgeben, hab ich auch schon gemacht. Aber nicht viel. Also, keine Sorge. Ich hab da jetzt nicht hunderte von Euros angesteckt, wie viele andere wahrscheinlich. Aber das ist das, was ich so am meisten spiele. Da guck ich auch sehr viele Streams von. Weil da viele unterhaltsame Leute eben, äh, ja, Streams machen oder Videos hochladen. Und generell Content produzieren. Ähm, meine besten Freunde spielen das Spiel auch. Deswegen, äh, können wir uns da mal Video pro teilen. Das ist sehr schön. Und, ja, auf dem PC spiele ich sonst auch ein bisschen. Aber nicht wirklich viel. Ich hab einen Steam-Account, wo ich mir im Sale mal ein paar Spiele hier und darunter geladen habe. Ja, ich hab zum Beispiel, äh, das erste neue Tomb Raider hab ich tatsächlich mal durchgespielt zur Abwechslung. Dann hab ich, äh, Bioshock Infinite angefangen und ziemlich weit gespielt. Aber ich glaub auch nicht zu Ende. Aber ich fand's ziemlich cool. Aber wie ihr wisst, oder wie ihr jetzt wisst, ja, bin ich dann nicht so getuldig. Und ich hab's, obwohl ich's cool finde, nicht zu Ende gespielt. Vielleicht sollte ich das mal tun. Ähm, dann hab ich mir letztens mal die Witcher-Triologie, äh, gegönnt. Auch an Sale. Äh, da hab ich den ersten Teil angefangen. Fand ich auch total cool. Aber hab ich auch echt nicht mal eingespielt. Aber sollte ich definitiv mal wieder anfangen. Aber wenn ich nicht im PC sitze, dann spiel ich da meistens doch eher erst eine Stunde lang, als mich da jetzt, äh, in The Witcher reinzuknien. Ansonsten hab ich, äh, noch ein paar so Indie-Titel, die ich mir mal, äh, gekauft hab. Also, zum Beispiel Limbo. Oder, ähm, Stardew Valley. Ähm, so ein Hafstmund-Bahnhof-Aufbau-Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt oder was Spiel kennt. Das find ich auch ziemlich cool. Das hab ich auch tatsächlich immer relativ viel gespielt. Ähm, oder, Battleblock Theater. Oder, oder, was hab ich denn noch? Ähm, Mining of Isaac, Don't Stop. Ähm, heißt eher so kleine Spiele, die ich, ähm, auf dem PC eben. Dann auch hier und da mal spiele. Eher wenig, aber ab und dann überkommt es mich dann doch. Und, ja, das ist mehr oder weniger meine Videospiel-Geschichte oder mein Videospiel-Leben. Keine Ahnung, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ähm, wenn ihr wollt und ihr es euch selber dafür interessiert, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ähm, wie das bei euch so aussieht, was ihr gerne spielt, wo ihr herkommt. Also, Videospiel-Technisch so mit ihr angefangen habt, was ihr so in eurer Vergangenheit gespielt habt. Und noch spielen wollt vielleicht, worauf ihr euch freut, was ihr kommt. Ob ihr in den Ländern der Switch zu viel habt. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass mal wieder was Deutsches, 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 Deutsches kam. Und, ja, wir sehen uns bald in einem neuen Video. Wahrscheinlich, nein, am englischen. Aber ich hoffe, die gefallen euch trotzdem. Und, ja, wir sehen uns und gute Nacht. Und, ja, wir sehen uns plötzlich. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.